Musik So, jetzt wird die Zeit, wie ihr wollen wollt. Jo, da, 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 hi und herzlich willkommen zu Rocket League. Ich bin der Dörli und ich habe bei mir die beiden Loser von der letzten Bank. Muck, Muck und den Mann. Reicht ja, wenn wir dich haben zum Tore schießen. Richtig. Das ist doch nicht euer jetzt. Zoom ist genauso vorbeigesprochen. Das war ja mal glattet, Alter. Schön, Muck, gut gehalten. Gut gehalten, der Ding. Jetzt versteckt er sich jetzt auf einer. Muck, ich hab dich. Warte, halt, Maul, halt, Maul, warte. Da, Mann, Dali, da kommt er. Da, ich muss erst mal kurz drehen. Oh, da, da, da war noch eine. Und ich wäre sowieso vorbeigesprungen. Schön. Nach vorne. Schön. Alter, warum, der prallt doch immer nach hinten. Warum? Schön. Oh, ja. Alter, Tick Träger. Oh, ja. Oh, ja, schön. Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Gibt nichts gegen fantastische. Oh, ja. Okay, va, da, da, das geht. Wie, van, also du es und ich lüttest. Oh, ja. Hüften von Wiesekwo. Ja. Mensch hier. Jetzt aber. Oh ja, sieht gut aus. Schade, Dali. Ah, der funkt dazwischen. Schön. Manne. Falsche Richtung. Oh, er berührt. Okay, nur einen leichten. So? Nicht so schnell. Und auch nicht so. Warte. Nur einen leichten. Nee, so auch nicht. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken. Bleib mal, bleib mal. Jetzt aber hier. Der war ein bisschen schneller. Ah. Manne. Nee. Okay. Alter, was? So. Jetzt nochmal kurz mal einen kleinen. Oh, nicht so. Also mal, umgekehrt. Wird versaut. Okay. Kommt rennt. Mogue. Schön. Schön. Oh. Oh. Oh, zu klein. Und versaut. Oh, nein. Oh, nein. Schön, Mogue. Oh, mein Gott. Kinder da. Oh. 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 Hälfte 8 der Liede da war ich schuld ich habe hier sogar noch rausgehauen war schon an dem anderen Ding davor das in dem Tor ging ja das stimmt schon drin sein können da hast du recht Mogerschen wir nur mit dem Sprachchip beschäftigt so kennen wir ihn jetzt aber wenn der nicht mal nicht schief ist der oder weiß ich auch der Mann und ich war sehr in der letzten folge der Sonschein sei eine neue Anländer also laut meinem Fernseher war ich dranne Schimmelberg gut stehst im Tor und rennt was der Ding schön berührt diese alle Bede darum stehen nach man jetzt stoppt die Nudel den Ball weg man oh ich hafte den hate him so much schön Mogel schön schreib mal guter Schuss gute Parade kannst du ja nicht schreiben war für den Arsch hier Ups so ich geh Manne bleibt hinten jawohl mein Führer da kommt der Führer die MC ja okay das war nicht ich den Schuh zieht mich nicht an schön Mucke Alter Mucke schön Mane schön Mane Mensch ich weiß nicht was ihr hier macht ne Hopf und nochmal Hüppfi Hüppfi nur auf den Sack hier man so schön sagt man hier kann nicht sein die Mucke warm fährst du dolly hinterher also warum soll ich dolly hinterher fahren was soll das ja weil du das machst nur aber ja Mucke ist ja nicht mehr da hat er wieder weil er sich mal gerade wieder hinten sich ein Boost achso das kennen wir schon ja mann hat er echt schön ausgespielt Alter guck gar nicht gar nicht rein oh da jetzt ja ey man wartet bis drei Sekunden vor Schluss es war wie es mal die erste richtige Flanke die mal reinkam ey ja bestimmt ja doch ich kann das Boot heilen ja nee weshalb ja schön manne gut gefahren biste Alter ja top manne schönes Stehbankett was du da machst na warte was soll ich da ja guck mal wie er da steht ich bewege mich keinen Meter mehr manne setzt bloß wieder den Hut ab Alter meinst du das ist der Hut natürlich ist das der Hut ich hab ich hab ein neues Level ich hab jetzt Profi Level guck doch manne an manne hat noch es ist immer noch Semi Profi ich hab ja auch nichts gesehen von deinem Profi hast du gesehen gerade mein Tor soll ich bleib hinten ich will jetzt ich will jetzt was sehen naja Mokka nimm mir erstmal die Rundumleuchte ab die bist du nicht wert zu tragen schnauze wenn du manne wenn du in diesem wenn du in diesem Spiel zwei Tore machst ne kriegst du auch die Rundumleuchte manne du bleibst immer Mitte naja dafür musst du ja auch erstmal was reißen um die tragen zu dürfen na wann in dem Spiel ohne Box bei dem 4 zu 0 das 4 zu 1 schießen das ist ein Könnens schön so Manner 1 hast du noch da ist das erste Tor von Manner und wenn ich jetzt noch eins schieße dann möchte ich dass du rausgehst ein Rage Grid machst ein schöner Rager mach ich bei dem 4 zu 0 das 4 zu 1 schießen dafür kriegt er die Rundumleuchte die Rundumleuchte haben sie ihm gegeben für teilnehmen ach ey er schrubst halt das Ding wieder weg der alte Haufen da war er der Kiepe so meine jetzt aber ach jetzt der ist frei so jetzt soll ich die Möcchönt machen ja 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 ach man schön Möcchönt wenn du jetzt noch zwei Toros schießt darfst so Möcchönt das auch mal ne schön Möcchönt Schäfer die Länen wo sich die Hinsen nicht sich statt in der die Karte genau gesehen in um abgelenkt steht alle machen voll und die hinsen nicht 7 ich empfiehlt Schöner Schöner Prozent wunderbare Paraden der Vorbereitung knüppelharte Bälle die Ernst Torquenil Schöner Schöner gelobt Mando wer blockt mir da keine keine du werf es freie waren was kein Wettbewerb ganz ruhig gemacht werden der hat mir genau in die Fahrt ich bin hierhin gefahren Mann Mann und rennt auch er musste so nachher Wir haben es uns ausgespielt, Dali. Red von dir nicht immer in der Mehrzahl. Das habe ich ganz genau gesehen. Das war nix eben, Dali. Das war nix, war das. Gewollt und nicht gekonnt. Er war stets bemüht. Gekonnt und nicht gewollt, wohl er. Mann! Aber ich vernichte, das fängt euch, Alter! Mensch! Das wär meiner gewesen, ey. Ja. Ja, okay. Mensch, ey, was spielen die denn den Ball an? Danke, Dali. Ich hasse es. Ja, ne, Mensch, warst du schon hinterm Ball? Kommt der Renn? Ah, nee. Die Bete hin und her fahren da draußen. Von links nach rechts. Darf doch wohl nicht wahr sein, oder was? Ja, wenn ich denn mich ruhig, dumm Schwurzeln! Ihr könnt mich nicht stoppen. Oh. Da muss der Mann auch mal kurz ab Mauer gestoppt werden. Ja, jetzt kommt man ja nochmal. Wie er abpfeift, du! Hahaha! Jetzt aber. Ah! Irgendeiner. Nee? Okay. Wie er abpfeift, du! So, nachdem Mucka die letzten beiden Folgen aufgenommen hat und wir nur verloren haben, musste mal wieder ein richtiger Könner heran. Ab jetzt... Wenn Dali mit seinem miesen Ping kommt oder da unten der mit seinen noch schlechten... Wart mal ab, nächste Runde. Ab der nächsten Folge gibt's Rocket League nur noch im Doppelt. Äh, egal, wer mit wem, Hauptsache im Doppel. Eine Runde muss man ja noch machen. Ja, natürlich. Das war bloß schon mal die Feststellung. Was heißt die Runde, die nächste Runde nur Doppelt? Was soll das denn? Ja, es gibt nur noch im Doppel. Kategorie Doppel. Zu dritt ist nicht mehr spielbar mit uns. Ach, da machen wir wenigstens Tore. Wir können den Leuten ja nicht so Battlefield gleiche Ergebnisse lieben. wenn ihr, also... Ja, ihr müsst den doch bloß rennen machen. Was soll ich denn da machen, wenn Dali mir der weiter vor die Flinte springt? Ach so, wenn du der bist, der außen rein spielt und danach soll ich den auch noch für dich lassen... Ja, und denn danach am besten fährt er gleich noch in die Mitte, damit er... Ja, hat er ja. Hat er ja und richtig, denn auf, dass ich den Ball nicht lasse. Hier, Mann, ey. Ja, ist so. Hör auf, ihm zuzustimmen. Ihr lügt. Ach, Bullshit, ich hab das genau auf Kamera. Ich hab das auf Band. Da. Hä, hä. Oh. Alter, was? Ah. Danke. Treffen mit jedem Hüpfer. Ah, sauber. Schön, Mann, ey. Was? Warum ich? Ich war ja nicht da. Was machst du denn da unten? Guck mal, wie er kijkt. Dann sagst du schön, Mann, ey. He, 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 he. Bist du doof, oder was? Was soll ich machen? Ich hab'n Zweikampf verloren. Musst dir mal entscheiden, was du machen willst. Vorne, hinten, Mitte, geht nicht. Kameru, muss. Geht nicht, geht nicht. Mal warten können. Geht nicht, geht nicht. Jetzt. Das geht nicht. Das ist doch nischt, Alter. Spielen wir mal vernünftig nach vorne. Weit. Alles gemacht. Passt du nicht. Guck mal, da unten steht keine Vorlage. Schön, Mann. Ja, und. Ach, scheißen. Scheißen Mauer. Schön, Mann, ey. Gut, gut weggehauen. Guck mal, warte, warte. Ja, schön hingesprungen. Ich geh mal mokka, wie aus Bild fährt, so schnell wie möglich. Ich kann mich sehen, dass du da warst. Mann, was willst du? Was willst du? Ich wieder. Oh, bloß schnell weg. Das gibt ein Tor. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Was soll das bloß wehren? Schön, steht, Alter. Jetzt steht zu zweit am Ball, Alter. So, wie kann ich sehen. Ja, da muss er überall sein. Überall. Aber da war er nicht. Ich fahre nach hinten. Doch, da war er. Hat ihn bloß nicht verwandelt. Klassisch. Ja, okay. Hab ich. Was hast du? Was? Ich hab den einfach davor rausgehauen. Wenn du den jetzt nicht triffst, dann kann ich doch nichts für. Schön, mocker. Schön abgelenkt, ob ich denke. Oh. Schön zu zweit am Ball, wie der... Oh, nee! Ja. Schön, mocker. Ja, sah wie auf den Arsch, oder? Guck mal, 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 guck mal. Schön gegen Pfeiler. Oh, Mann. Wunderschön. Wunderschöne Wassermelonen. Schön. Schön. Wunderschön, mocker. Wo es Glück gab, dass er mal da war. Das ist Können, manne. Ja. Wenn ich noch darauf warten muss, ne? Wenn ich noch darauf warten muss, dass der Gegner mir noch Vorlagen liefert, ne? So, jetzt aber los. Zack. Und? Was denn? Dann waren ja keiner von uns. Doch, aber da waren so viele Gegner. Und der war viel zu hoch dabei. Ich weiß nicht, wie er es macht. Schön, manne. Schön, manne. Schön, den Sekt gespielt. Ich glaube, ich werde mal damit anfangen. So ne... So ne Kategorie. Wann mocker die Tore versaut. Ja, ja, genau. Kann ich auch mal anfangen. So viele... So... Ja, mach das mal. Machen wir mal. Können wir gerne machen. Ein Video, in dem wir uns alle Rocket League-Folgen angucken. Schild, meine... Jetzt mal einmal nachsetzen, bitte. Sonst kommt der... Ja, komm, kein Boos mehr. Lass ihn. Ja, lass ihn. Ach. So, kann man hier gelaber nicht mal mit anhören, hier. Ja, unser Gelaber. Ich finde mal allen Schuld hier. Das war's. Ja, das ist absolut richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Echt schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.